ES-TV Videos aus der Region und ich habe es noch nie geschafft in den letzten sechs Jahren. Außerdem habe ich nicht mehr das Laufgewicht. Auf jeden Fall haben wir tolle Bilder, Wahnsinnsbilder von den Bambini, Schülerläufen und natürlich vom Hauptlauf. Schön, dass ihr dabei seid. Die Bambini und ich liebe tolle Schüssel. Auch wenn die Bambini jumpscauerte. Sehr gut. Sollte die Bambini zwischen den Bambini und den Bambini aber sich vor, dass sie die Bambini berührt, Ich bete es ganz schön fürAND, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und auch der Oberbürgermeister läuft natürlich mit, jetzt zum zweiten Mal. Wie geht's dir, Matthias? Sehr gut, anderthalb Tage großartiges Bürgerfest in unserer Stadt, hat mir viel Freude gemacht. Freitagabend, Schwörtag, danach direkt Übergang ins Bürgerfest, gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen. Eigentlich wollte ich keinen Alkohol trinken, zwischendurch dann doch. Ich freue mich jetzt auf diesen Lauf bei perfekten Laufbedingungen. Von dem Jahr haben wir eigentlich so unser erstes großes Interview hier gehabt. Wie war denn das Jahr? Ja, herausfordernd. Mit all den Auf und Abs, mit Corona, mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, aber auch mit vielen wichtigen Meilensteinen schon. Gemeinsam mit dem Gemeinderat haben wir, glaube ich, schon hinbekommen, dass wichtige Projekte vorangehen. Und meine schmerzhaften Entscheidungen sind jetzt noch zu treffen in den kommenden Monaten. Und ich fühle mich auch persönlich einfach sehr wohl. Das freut mich und das freut auch alle in Esslingen und das sieht man dir natürlich auch an. Jetzt erst mal Haraka, Haraka, die Nummer 1, läuft natürlich auch vorne mit. Viel Spaß beim Laufen und jetzt kommen die Bilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.